Liebes Publikum zu Hause, herzlich willkommen zur nächsten Folge im Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Es freut mich sehr, Christian Folini begrüssen zu dürfen mit seinem Vortrag E-Voting in der Schweiz, ein Fortsetzungsroman. Christian Folini, Sicherheitsingenieur oder auch Open-Source-Enthusiast, so sagt er, ist Doktor in mittelalterlicher Geschichte. Es gibt allerdings keine Burgen mehr zu verteidigen, dafür aber Web-Server. Er hat 15 Jahre Erfahrung in Mod Security Configuration, in Hochsicherheitsumgebungen und ist seit einigen Jahren im Bereich dem E-Voting tätig und das in verschiedenen Funktionen. Mehr dazu demnächst oder jetzt Christian Folini. Vorab aber noch möchte ich euch, liebe Zuschauerin, darauf hinweisen, dass ihr die Chat-Funktion unten benutzen könnt für Fragen im Anschluss an den Vortrag. Und es gibt auch anschliessend an diese Übertragung die Möglichkeit, mit Christian Folini persönlich ins Gespräch zu kommen im Big-Blue-Button-Raum. Das ist der Button nebenan. Viel Vergnügen mit Christian Folini. Vielen Dank, Karin, für die Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung. In Kiew wird zurzeit die Demokratie bombardiert. In Bern demonstriert man zur Stunde für diese Demokratie in der Ukraine. Wir kümmern uns hier um unsere eigene Demokratie, indem wir bei E-Voting sehr genau schauen, was da passiert und uns das sehr genau überlegen, ob wir das wirklich riskieren möchten. Ich habe meinen Vortrag mit dem Untertitel «Ein Fortsetzungsroman» versehen. Das läuft seit 20 Jahren. Ich habe mir auch überlegt, was für ein Roman ist das? Was für eine Literaturgattung ist das? Und so viel vorneweg. Es ist kein Liebesroman. Ich glaube, das haben wir gemerkt in den letzten 20 Jahren. Es trägt über weite Strecken eher den Charakter einer Tragik-Komödie. Persönlich finde ich es aber, es ist ein starker Polit-Thriller. Mit sehr vielen Plottwists, vielen Überraschungen. Es bleibt extrem spannend und ich bin sicher, dass es auch weiter spannend so weitergeht. Was haben wir heute vor? Ich werde einen kurzen Überblick über die letzten 20 Jahre geben. Wenn Sie sich mit dem Thema auskennen oder sich interessieren, ist Ihnen das meiste bekannt. Ich werde zum Jahr 2019, das war das wichtigste Jahr für E-Voting in der Schweiz, einige neue Perspektiven bringen, Dinge, die so noch nicht gesagt wurden, eine gewisse Innenperspektive. Ich werde den Experten-Dialog, den die Bundeskanzlei und die Kantone mit führenden Wissenschaftlern 2020 geführt haben, noch mal Revue passieren lassen. Ein paar Kernpunkte daraus referieren. Dann die Vernehmlassung im letzten Jahr. Also da geht es um die neue Regulierung, die die Schweiz sich geben will. Zudem bei E-Voting, das werden wir genauer anschauen, um was ging es da, wer hat mitgemacht, was für Antworten kamen und dann werden wir ein paar lächerliche Voraussagen hören, wie es weitergehen könnte mit E-Voting. Ich nehme an, es ist in ein paar Monaten bis Jahren auf jeden Fall völlig überholt, aber man soll ja keine Möglichkeit auslassen, sich lächerlich zu machen im Leben. Gut, gehen wir weiter. Ich wurde bereits eingeführt, mein Name ist Christian Follini, ich bin Mittelalterhistoriker, mache offenbar auch Historisch-Renactment, Bild ist da, ich bin Security-Ingenieur und neuerdings bin ich Wahlhelfer. Bei uns im Dorf, südlich von Bern, bin ich Wahlhelfer, ich zähle Stimmen von Hand aus und ich blogge darüber, das hat noch niemand in der Schweiz gemacht. Ich glaube, wir wissen viel zu wenig, wie Stimmen tatsächlich ausgezählt werden in der Schweiz. Das finden Sie auf meiner Webseite, folgen Sie mir auf Twitter. Dann bin ich Open-Source-Enthusiast, wurde gesagt. Ich leite ein Security-Projekt, das Open-Source ist, unter dem OWASP-Schirm und ich habe ganz verschiedene Rollen gehabt beim E-Voting in der Schweiz. Wollen wir mal schauen. E-Voting, vielleicht, das muss ich noch vorausschicken, ich bin nicht für oder gegen E-Voting. Wir müssen sehr genau hinschauen. Es gibt viele gute Gründe gegen E-Voting und es gibt ein paar überraschende Gründe für E-Voting. Ich habe keine Meinung dazu, so richtig, habe mich nicht entschieden. Ich finde, es ist ein politischer Entscheid und ich hoffe, irgendwann können die Schweizer Stimmbürger und Stimmbürgerinnen entscheiden, ob sie das wirklich haben möchten, weil denen gehört die Entscheidung. Was gibt es für Gründe dagegen? Ich fasse es hier zusammen mit einem Zitat von Bruce Schneier. We simply can't build an Internet-Voting-System that is secure against hacking because of the requirement for a secret ballot. Darum geht es im Kern und davon hängt alles ab. Ein secure voting-System ist ein vertrauenswürdiges System, dem die Gesellschaft vertraut. Die Gesellschaft muss den Resultaten vertrauen können. Er sagt, das geht nicht, weil wir ein Stimmgeheimnis haben, ein Stimmgeheimnis bewahren wollen. Vertrauenswürdig ist es dann, wenn es nachvollziehbar ist, wenn wir überprüfen können, wie diese Resultate zustande gekommen sind. Aber das geht, gemäss Bruce Schneier, auf Kosten des Stimmgeheimnisses, das wir natürlich bewahren möchten. Er sagt, das beisst sich, das ist nicht möglich. Ein ganz gewichtiges und zentrales Argument gegen E-Voting und es liesse sich rechts und links ausbauen mit vielen anderen Argumenten. Was gibt es für Argumente für? Ich referiere das kurz, die Auslandsschweizer, darüber wurde genügend gesprochen. Ganz wichtig finde ich aber, Sehbehinderte und Tetraplegiker. Das ist deshalb extrem wichtig. A sind es mehr, als man denkt und B, wir haben eine Verfassungsgarantie für Stimmgeheimnisse. Und diese beiden Bevölkerungsgruppen haben kein Stimmgeheimnis. Sie können nur mit einem Assistenten abstimmen. Das heisst, sie haben eine Verfassungsgarantie nicht. Und E-Voting ist in den letzten 150 Jahren der Abstimmungsgeschichte in der Schweiz der einzige Vorschlag, der denen tatsächlich ein Stimmgeheimnis bringt. Das finde ich ist ein wichtiges Argument. Wir haben ein Problem mit ungültigen Stimmen. Ihnen vielleicht auch schon passiert. Sie haben nicht unterschrieben. Wenn Sie brieflich abstimmen, das wird dann ungültig. Niemand sagt es Ihnen, aber vielleicht haben Sie ungültig abgestimmt. Und Wahlzettel werden ganz oft ungültig ausgefüllt in der Schweiz. Und diese Stimmen gehen einfach in den Abfalleimer. Die zählen nicht. Das ist substanziell. Zahlen gehen rum bei Wahlen weit über 10 Prozent der Stimmen sind ungültig. Und das ist für eine Demokratie natürlich problematisch, wenn so viele Stimmen ungültig sind. E-Voting löst dieses Problem, indem das System sagt, das geht so nicht, du musst hier klicken. Ohne das ist deine Stimme nicht gültig registriert. Und dann, ich habe lange gebraucht, um das zu anerkennen, aber tatsächlich hat E-Voting gegenüber dem brieflichen, namentlich dem brieflichen Abstimmen, Sicherheitsvorteile. Weil das briefliche Abstimmen hat Sicherheitsprobleme, die bei uns viel zu wenig bewusst sind. Und E-Voting bringt andere Sicherheitsprobleme mit sich, aber gewisse löst es eben. Also wir haben bei verschiedenen Stimmkanälen unterschiedliche Sicherheitsaspekte, verschiedene Sicherheitsprobleme und die müssen miteinander betrachtet werden. E-Voting löst tatsächlich einige dieser Sicherheitsprobleme. Gut, so viel vorneweg und jetzt gehen wir bei Medias Ries. Wie sieht das aus in der Schweiz? Wir haben vor über 20 Jahren begonnen mit den ersten Projekten. 2004, ganz wichtig, ist Genf eingestiegen. Genf ist, 20 Jahre betrachtet, der wichtigste E-Voting-Kanton der Schweiz. Weil Genf hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Schweiz und der Welt E-Voting tatsächlich zu bringen. Genf hat ganz viele Rückschläge erlitten und es hat dreimal ein E-Voting-System von Grund auf neu aufgebaut. Und es war wirklich ein grosses Projekt in Wern, auch eine Mission für Genf. 2004 ist die spanische Firma Seitel in die Schweiz gekommen und hat in Neuenburg, in Neuchatel, zum ersten Mal E-Voting in der Schweiz durchgeführt. 2009 wurde ein Konsortium von acht oder neun Kantonen gegründet, die gemeinsam ein neues E-Voting-System entwickelt haben. Wir haben jetzt hier schon drei Systeme, wie Sie sehen, 2009 und dann 2011, so nach gut zehn Jahren Entwicklung, ganz typisch in der Schweiz, hat der Bund mal einen Steuerungsausschuss gebildet. Das heisst, man hat mal zehn Jahre mal zugeschaut, wie das geht, die Entwicklung laufen lassen und so nach zehn Jahren gefunden, jetzt fassen wir es langsam zusammen und wir bringen da ein bisschen Struktur rein. Wir beginnen jetzt auch stärker auf die Sicherheit zu achten. Ich glaube, das ist ganz typisch in der Schweiz. 2015 am Paukenschlag, kurz vor den Nationalratswahlen, hat die Bundeskanzlei und die Bundeskanzlei ist zuständig für die Sicherheit von E-Voting schweizweit. Sie beaufsichtigt das und die Bundeskanzlei hat 2015 festgestellt, dass die Konsortiumskantone mit ihrem System kein E-Voting machen dürfen für die Nationalratswahlen 2015. Für diese acht Kantone war das ein schwerer Schlag, nicht zuletzt für die beseiligten Personen, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Und das Konsortium-System wurde fallen gelassen wie der Halt heisse Kartoffeln. Die Kantone sind sofort ausgestiegen. Sie sind zum Teil gewechselt auf ein neues Joint Venture zwischen Seitel und der Schweizerischen Post. Also diese spanische Firma, die globale E-Voting anbietet und Wahldienstleistungen, hat sich mit der Schweizerischen Post zusammengetan 2015. Die Schweizerische Post wollte in diesen Markt rein, weil die Schweizerische Post natürlich die brieflichen Stimmen macht. Und wenn jemand elektronisch abstimmt, können sie keine Briefe mehr transportieren oder weniger. Das kanabalisiert ihr Businessmodell und deshalb macht es Sinn, für die Post beim E-Voting mitzumischen. Seitel wiederum hat nach fünf oder zehn Jahren in der Schweiz gemerkt, Schweiz ist ein schwieriges Pflaster. Das funktioniert anders als andere Länder, vor allem funktioniert es viermal im Jahr. Ja, und das ist ganz anders als eine Wahlkampagne alle vier Jahre durchzuführen. Das ist ein ganz anderer Rhythmus. Seitel hat gemerkt, sie brauchen einen Operating-Partner in der Schweiz. Und die Post hat gemerkt, wir brauchen einen Kryptografie-Experten als Partner. Das ist eigentlich ein sehr guter Match gewesen. Zumindest 2015 war das so. Die zwei haben sich wirklich ergänzt mit einem E-Voting-System. Dann 2017 hat der Bundeskanzler Walter Thornäher dazu aufgerufen, dass bis in zwei Jahren, also bis zur Nationalratszahl 2019, zwei Drittel der Kantone E-Voting anbieten sollten. Nicht für die ganze Bevölkerung, aber zumindest für die Auslandsschweizer, die standen da sehr im Fokus. Und es war ein Paukenschlag, ein erneuter Paukenschlag. Da hat nachher wirklich ein Run eingesetzt. Die Kantone haben sich beeilt. Genf und Post sind in einen relativ harten Wettbewerb eingetreten, um diesen Markt möglichst schnell abzustecken. Es sind auch die Konsortium-Kantone, die mussten jetzt eine Alternative suchen. Entweder Kanton Genf oder Seitel Schweizerische Post. Dieser Paukenschlag, diese Ankündigung des Bundeskanzlers, hat auch die Kritiker endlich auf den Plan gerufen. Man hat 10, 15 Jahre lang nicht gross über E-Voting diskutiert. Das hat sich nach dieser Ankündigung, nach diesem Aufruf grundlegend geändert. Der Widerstand ist da gestartet. Wir sehen oder haben gesehen im Jahr 2017, 2018 über 100 Artikel zum Thema E-Voting. Die allermeisten gegen E-Voting. Gefühlt war es so, dass drei von vier diesen Zeitungsartikel, Hernani Marquez, tatsächlich zitiert haben. Die Konfrontation von gegen E-Voting wurde sehr hart geführt. Ganz viel lief auf Twitter. Das war sehr hitzig, würde ich sagen, auch in den Zeitungen. Mein Eindruck war auch, dass das Know-how in der Öffentlichkeit noch nicht qualifiziert, über E-Voting zu sprechen. Bei allen Fehlern und Schwachstellen, die das hat, man muss sich schon mit der Technik am wenig auseinandersetzen. Irgendwie haben ganz, ganz viele Leute zu E-Voting mitdiskutiert. Also Leute, die dann im Jahr 2021 zu Corona-Experten wurden, waren 2017, 2018 waren sie E-Voting-Experten. Auch Christoph Blocher, natürlich hat auch er sich zum Thema E-Voting geäussert. Übrigens ein Video, das gar nicht so schlecht ist. Sie finden das auf YouTube. Christoph Blocher 2018 zum Thema E-Voting. Das Ganze also sehr hitzig und, ich würde sagen, journalistisch nicht auf allzu hohem Niveau. Es gibt Ausnahmen. Ich fand, dass Adrian Fichter das immer sehr gut begleitet hat. Erik Aschwanden hat in der NZZ zusammen mit Lukas Mäder einige gute Artikel zum E-Voting schon ganz früh geschrieben. Insgesamt ging es eher darum, Bashing zu machen. Oder was stellen die sich vor? Was treibt die Bundeskanzlei daran? Das sind alles Naivlinge, die hier arbeiten. Man hat verkannt, dass Leute seit 10, 15 Jahren eigentlich in diesem System gearbeitet haben. Und sich wirklich bemüht haben, hier gute Arbeit zu leisten. Natürlich sah es dann im Jahr drauf, wieder nicht mehr ganz so gut aus. Wir gehen weiter. 2018, gegen Ende des Jahres, hat Genf, wirklich nach 15 Jahren E-Voting in Genf, das Handtuch geworfen. Es lässt sich darüber spekulieren, weshalb das geschehen ist, was noch nicht so diskutiert wurde. Und ich finde es in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt. Wer das in Genf gepusht hat, waren zwei Politiker. Anja Wiedenguelpa, die Staatskanzlerin. Das war ihr Projekt, ihr Prestigeprojekt. Sie hat sich zurückgezogen 2018, sie hat ihre Stelle verlassen. Und im August 2018 kam Pierre Modé unter Beschuss. Und Pierre Modé war der Wirtschaftsdirektor in Genf. Und er hat das Geld gesprochen und es war auch für ihn ein Prestigeprojekt. In dem Moment, wo diese beiden Protagonisten dieses System nicht mehr unterstützt haben, ging das Geld aus. Und natürlich war das Geld sehr, sehr wichtig. Weil Genf war ja zusammen mit der Post in einem sehr harten Wettbewerb, der nicht zuletzt über die Finanzen und über die Sicherheit ausgetragen wurde. Und Sicherheit war überraschend teuer, weil die Bundeskanzlei die Anforderungen laufend erhöht hat. Namentlich unter Druck der Öffentlichkeit. Ich habe erzählt, wie viele Zeitungsartikel E-Voting kritisiert haben. Da musste geliefert werden. Und Genf konnte irgendwann nicht mehr. Namentlich in Abwesenheit der zwei wichtigsten Protagonisten. 2018 wurde die Entwicklung eingestellt und 2019 wurde das System sofort gestoppt. Das heisst, nicht mal mehr für die Nationalratswahl 2019 wurde es eingesetzt. Dann eine Vorbedingung, um an diesem Stichdatum Nationalratswahl 2019 tatsächlich teilzunehmen, war, dass man den Source-Code publiziert. Das wurde aus meiner Sicht viel zu lang herausgeschoben. Die Seite wollte das rausschieben, die Post wollte es rausschieben, aber auch die Bundeskanzlei sah das so als Abschlussentwicklung. Und am Schluss publizieren wir noch den Source-Code. Und eigentlich haben diese drei Player erwartet, dass das durchgeht. Nicht allzu grosses öffentliches Interesse an diesem Source-Code, nur für Experten überhaupt bearbeitbar. Und dann in einer genügend Qualität, dass das keine grossen Schlagzeilen macht. Das hat nicht ganz funktioniert. Zeitgleich ist ein zweites Programm gelaufen, das Bug-Bounty-Programm, auf eine politische Initiative hin. Mit Schlagzeilen von einer Million für einen E-Voting-Hacker wurde das eingeläutet. Das war nicht so richtig in der Regulierung drin, aber irgendwann musste man es plötzlich machen. Und die Post musste dann auch. Und irgendwann wurde dann auch der Zeitplan eng. Das bedeutet, dass diese Source-Code-Publikation und diese separate Bug-Bounty, also ein Aufruf an Hacker, probiert uns anzugreifen, zeitlich in einer Art zusammengerückt ist. Und das ist dann auch irgendwann auch mal verschwunden, obwohl es eigentlich zwei unterschiedliche Teile waren. Weil der Source-Code kam aus Spanien und die in der Schweiz betriebenen Systeme kamen von der Post. Aber es war jetzt plötzlich alles dasselbe. Und natürlich am Schluss muss alles sicher sein und alles funktionieren. Und das hat nicht so gut funktioniert. Sie erinnern sich vermutlich an die Schlagzeilen 2019. Ich habe hier ein paar internationale zusammengezogen. Das lief alles nicht so gut. Aber natürlich hat die Register mit Schweizer Käse und E-Voting getitelt. Kann man ihnen nicht verdenken. Wichtig hier ein paar Tweets von oben links Vanessa Teague. In der Mitte sind Tweets von Sarah Jamie Lewis. Und sie erwähnt auch Olivier Pereira. Drei internationale Forscher, die unheimlich wichtig wurden für E-Voting der Schweiz. Es gab auch in der Schweiz wichtige Forscher, die Probleme erkannt haben, namentlich die Berner Fachhochschule. Die E-Voting-Gruppe dort hat viele Schwachstellen über die Jahre immer wieder entdeckt. Und auch während dieser Kampagne. Wichtig, alles was das hier geht, das waren alles Source-Code-Findings. Also nicht das System, was die Post gearbeitet hat, wurde als schwach erachtet, sondern was die Post eingekauft hat. Aber am Schluss mitgehangen, mitgefangen, hat nicht so funktioniert. Und auch für mich war es einigermaßen peinlich, weil ich habe auf den Post-Servern damals gearbeitet. Gut. Was war das Resultat davon? Die Source-Code-Publikation war ein PR-Desaster. Die Zeitungen waren voll davon. Drei wirklich schwere Findings drin. Die ersten zwei ganz, ganz übel. Und das dritte das allerschlimmste. Das dritte Finding hat geheissen, eine Sicherheitsgarantie, die auf dem bestehenden, bereits produktiven E-Voting-System der Schweizerischen Post garantiert ist, vertraglich garantiert ist und rechtlich fixiert ist, konnte nicht eingehalten werden. Es wäre möglich gewesen, den Source-Code als System anzugreifen, als Insider und Stimmen ungültig zu erklären, ohne dass es jemand gemerkt hätte. Der Stimmbürger hätte gedacht, er hätte seine Stimme korrekt abgegeben, aber tatsächlich wäre seine Stimme in den Abfalleimer gewandert. Und das ist nicht mehr tragbar. Also das schlägt fast den Boden aus. Das System wurde gestoppt. Und die Bundeskanzlei hat die Post auch relativ schnell dazu gebracht, sich zurückzuziehen für die Nationalratswanderung 2019. Das war der Full Stop. Es gab dann einen neuen Anlauf, 2019, aber dazu komme ich erst. Weil zeitgleich zu dieser Kampagne mittendrin, also dieser Bug-Bound, die lief eigentlich über vier Wochen, Source-Code, innerhalb drei Wochen schlimme Findings gefunden, zeitgleich hat eine Volksinitiative gestartet. Das No-E-Voting-Referendum, die E-Voting-Moratoriumsinitiative, wurde am 12. oder 16. März in Luzern lanciert. Wir sehen das hier auf diesem Foto. Da sind viele, viele bekannte Gesichter drauf. Man erkennt die allermeisten davon. Es gibt ein, zwei, die haben seitdem die Haare nicht mehr geschnitten. Aber grundsätzlich, das war eine hoffnungsvolle Truppe. Und ich sage es ganz ehrlich, also auch unironisch. Ich finde es ein extrem schönes Foto. Es ist ein strahlender Tag im März. Man war sehr hoffnungsvoll, dass das zustande kommt. Ich war persönlich auch hoffnungsvoll, dass das zustande kommt. Und es sah auch in einem Moment eigentlich ganz gut aus, weil E-Voting war in aller Munde. Es war ein Moment, um diese Initiative zu lancieren, mit der Idee, E-Voting vor das Volk zu bringen. Und er kann souverän entscheiden, ob er oder sie E-Voting tatsächlich haben wollen. Der Schritt oder der Weg wurde über diese Initiative gesucht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie erfolgreich ist. Leider war sie das nicht, wie Sie wissen. Aber hier ein hoffnungsvoller Start. Jetzt schauen wir uns das genauer an. Das sind die Schlagzeilen in der Schweiz. Das sind alles Zeitungs- oder Online-Artikel zum Thema E-Voting im Jahr 2019. Vom Januar bis im Dezember. Februar ging es los, so richtig, weil natürlich die Post da ihr System veröffentlicht hat. Und dann im März die Initiative. Dann die grossen Schlagzeilen im März gehackt. Source-Code wie ein Schweizer Käse, etc. Und dann flacht es ab. Im Juni wurde, hat die Post ihr System für die Nationalratswahlen wirklich zurückgezogen. Die Bundeskanzlei hat einen Marschhalt sich verordnet. Und dann ist das eigentlich aus den Medien verschwunden. Da lief nichts mehr. Das bedeutet, sie haben ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Und nachher hat es eigentlich niemanden mehr gross interessiert. Wie hat also die Initiative Unterschriften gesammelt in dieser Zeit? Wir können erwarten, sie hat zu Beginn viel gemacht mit diesen Schlagzeilen. Und dann ist es abgeflacht. Wir können das nachvollziehen, indem wir die WeCollect-Webseite uns anschauen oder angeschaut haben. Man kann es auf archive.org, kann man sich die Seite geben lassen, wie die Zeit 2019 ausgesehen hat. Und Sie sehen auf WeCollect bei jeder Unterschriftensammlung, darunter eben dieses Moratorium, immer wie viele Unterschriften versprochen wurden. Das sind nicht tatsächlich geleistete Unterschriften. Aber es sind Leute, die versprochen haben, tatsächlich zu unterschreiben. Wir sind hier Ende März, 3000 Unterschriften. Ich habe das damals von WeCollect immer selber runtergezogen. Sie sehen das hier abgebildet. So sieht das aus mit den versprochenen Unterschriften auf WeCollect. Also es geht Mitte März los. Es geht sofort auf 3.500 los. Und dann wacht es extrem schnell ab. Ich habe dieses Dataset ins Internet gestellt. Sie sehen hier die Quelle. Ich habe das auch auf Twitter. Dort ist der Link, dann brauchen Sie den nicht abzutippen. Da können Sie das nachvollziehen. Sie können das relativ schön korrelieren mit den Schlagzeilen und merken zwei Dinge. A. Die Initianten haben es sehr rasch geschafft, ihr Milieu zu erreichen. Über Twitter. Wer sich bereits deutlich gegen E-Voting ausgesprochen hat, hat sofort unterschrieben. Es hat sehr schnell funktioniert. Leute, die über die Schlagzeilen aufmerksam geworden sind, haben es auch getan. Sofort. Aber dann flacht es ganz, ganz schnell ab. Schon im April läuft eigentlich praktisch nichts mehr. Im Juni, in dem Moment, wo es wieder ein Schlagzeilen ist, weil es gibt einen Marschall, die Bundeskanzlei sagt, wir müssen neu anfangen. Mit E-Voting gibt es hier keine Unterschriften mehr. Das mögen tatsächlich mehr Unterschriften als 4.000 gewesen sein. Natürlich haben sie mehr als 4.000 Unterschriften gesammelt. Aber es gibt keinen starken Ausschlag mehr. Es gibt hier keine weiteren Versprechen für Unterschriften mehr. Das heisst, es hat unheimlich schnell, konnte man feststellen, dass diese Initiative ein Strohfeuer ist. Das funktioniert nicht. Und das war ein kapitaler politischer Fehler. Ich will erklären, weshalb das ein kapitaler politischer Fehler war. Die Drohung mit der E-Voting-Initiative, der Moratorium-Initiative, hat über Jahre Druck aufgebaut für eine hohe Sicherheit für E-Voting. Das war immer das Damoklesschwert. Irgendwann kommt die Initiative und dann wird es bitter. Und dann sagt das Volk Nein dazu. Das heisst, wir müssen darauf achten, höchstes Sicherheitsstandard anzuwenden. Für alle Beteiligten. Das war Druck. Aber in dem Moment, wo sie die Initiative tatsächlich lancieren, um auch öffentlich nachvollziehen zu können, wie viele Unterschriften sie sammeln, ist dieser Druck weg. Weil es ist ein Strohfeuer. Wir können auch sagen, die Hosen waren auf den Knie ab Anfang April 2019. So schlimm wie die Schlagzeilen für die Post waren, die Post hat auch gelernt und alle anderen Beteiligten, das Volk interessiert sich zu wenig dafür. Respektive, egal wie die Schlagzeilen sind, eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung will nach wie vor E-Voting. Das haben auch alle Meinungsumfragen immer wieder bestätigt. Das ist zwischen 60 und 80 Prozent der Bevölkerung, haben bis jetzt immer gesagt, dass sie das eigentlich haben möchten. Regardless der Security. Natürlich ist Sicherheit ein Problem, aber da kümmert sich ja bestimmt jemand drum. Das heisst, die wichtigsten Kritiker, die dieses System unter Druck gesetzt haben, haben hier ihre Karten auf den Tisch gelegt und gezeigt, dass sie eigentlich keine starken Karten haben. Das war ein kapitaler politischer Fehler. Und der Fehler ist noch grösser, wenn wir das im Kontext sehen von dieser Source-Code-Publikation. Weil die Kritiker haben tatsächlich dazu aufgerufen, diesen Source-Codes nicht zu betrachten, sich an dieser Bug-Bounty nicht zu beteiligen, dann nicht mitzuspielen. Und gleichzeitig haben sie bei der Unterschriftensammlung so stark versagt. Und das war noch ein Bonk-Spiel, oder? Weil hätten nicht internationale Forscher wie Sarah Jamie Lewis, Vanessa Teague, Thomas Haynes, Olivier Pereira oder die Berner Fachhochschule tatsächlich diesen Fehler gefunden, dann hätten wir 2019 mit dem bestehenden E-Voting-System der Post abgestimmt. Und es wäre durch, und es wäre ausgebreitet worden, und das wäre das System, das wir heute hatten. Das hat nur deshalb nicht funktioniert, weil einige, nämlich internationale Wissenschaftler, sich für die Schweiz und dieses System interessiert haben. Weil die Kritiker waren es nicht. Die haben damals nicht daran mitgearbeitet. Sie haben dann aber erkannt, dass das tatsächlich die Helden sind, die wahren Helden sind. Mir ist es gelungen, Sarah Jamie Lewis für eine Konferenz, einen Vortrag in die Schweiz zu holen. Und sie hat extrem viel Zuspruch erhalten, weil sie hat tatsächlich hier der Schweiz gezeigt, dass es nicht nur behauptetermassen ein schlechtes E-Voting-System ist, sondern dass es tatsächlich massive Schwachpunkte darum gibt. Die Schweizer E-Voting-Kritiker haben dazu in dem Moment keinen Beitrag geleistet. Also, ab Sommer 2019 Stopp, Neulancierung mit einem Experten-Dialog und dann einer neuen Regulierung. Übrigens 2020 dann im Sommer der Rückzug des E-Voting-Referendums. Man hat gesehen, man wird die 100'000 Unterschriften nie zusammenbringen, wenn nicht jemand wirklich Geld in die Hand nimmt und Leute dafür bezahlt, auf die Strasse zu gehen. Gut. Es gibt diesen Experten-Dialog dann, der Bundeskanzlei zusammen mit den Kantonen. Ich habe hier zwei Forscher, Olivier Pereira und Vanessa Thieg, markiert mit blau. Das waren die zwei Forscher, die bei der Publikation des Source-Codes mitgearbeitet haben, dort Fehler gefunden haben. Natürlich hat die Bundeskanzlei diese zwei Personen auch eingeladen. Daneben die E-Voting-Gruppe der Berner Fachhochschule, ETH, EPFL, weitere internationale E-Voting-Experten. Das war der hochkrätige Gruppe. Ich kann das mit gutem Gewissen sagen, aber ich habe mitdiskutiert. Ich war der Moderator dieser Diskussionsrunde. Wie ist das genau gelaufen? 2020 im Februar hat man einen ersten Fragebogen verschickt. Man wollte dann On-Site-Workshops machen, aber dann ist diese Pandemie passiert. Es wurde dann in einen Online-Dialog verwandelt. Wir haben das auf GitLab geführt, also auf einer GitLab-Plattform, quasi mit Git. Es gab noch ein bisschen zusätzliche Forschung und im November 2020 wurde der Abschlussbericht dieser wissenschaftlichen Gruppe publiziert. Und der Steuerungsausschuss E-Voting, Kantone Bundeskanzlei, zusammen haben im Dezember einen politischen Bericht nachgeliefert. Dieser wissenschaftliche Report zum E-Voting weist weit über die Schweiz hinaus. Der ist grundsätzlich. Schweizer Gegebenheiten wurden berücksichtigt, aber es ist etwas, was international Gewicht hat und auch international gelesen und referenziert wird. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Status Quo, State of the Art. Was kann man erreichen heute mit E-Voting? Wo liegen die Probleme? Was muss gelöst werden, bis wir ein vertrauenswürdiges E-Voting-System haben? Aufgrund dieses Berichts und des politischen Berichts danach hat die Bundeskanzlei, ich greife jetzt etwas vor, Verzeihung, ich bleibe noch einen Moment bei diesem Bericht. Hier ist der Link eingeblendet, laden Sie sich den runter, schauen Sie sich an. Es ist nicht so technisch, also es ist lesbar für, sagen wir, eine interessierte Öffentlichkeit. Es ist nicht ein ganz harter kryptografischer Text. Ich nehme hier ein paar Kernaussagen auf. Es wurde natürlich viel über die Kryptografie gesprochen. Wichtig ist, es geht hier nicht zuletzt um Quantenkryptografie. Das ist ein wichtiger Punkt beim E-Voting. Sie möchten Nachvollziehbarkeit und Transparenz haben bei E-Voting. Das geht eigentlich in der Forschung so, dass Sie ein sogenanntes Build-Time-Board publizieren, wo jeder die kryptografischen Beweise nachrechnen kann. Das Problem ist, wenn Sie das publizieren, kann sich das jemand abspeichern und wenn sich die Kryptografie, namens die Quantenkryptografie, weiterentwickelt, kann er in zehn Jahren mit diesen Daten das Stimmgeheimnis potenziell brechen. Das ist etwa so der Horizont, mit dem man rechnet. Das bedeutet, Sie können nicht heute die kryptografischen Beweise bis auf den Stimmzettel runter publizieren, weil dann eventuell in zehn Jahren jemand herausfinden könnte, wer was gestimmt hat. Und die Verfassung garantiert das Stimmgeheimnis. Das geht nicht. Und das beisst sich da drin. Und darüber wird viel diskutiert. Und es braucht überhaupt mehr kryptografische Forschung, das ist klar. Es gab einen starken Ruf für Diversität in der Hard- und in der Software. Das kostet Geld. Sie müssen heterogene Systeme bauen, die sich gegenseitig überwachen. Das wurde sehr deutlich. Und es wurde eigentlich auch akzeptiert von Kantonen und auch von der Post als Providerin. Man wünscht sich maximale Transparenz, namentlich im Bereich Open Source, ist deutlich drin in diesem Bericht. und Cross-Channel-Plausibility-Checks. Das bedeutet, dass Sie statistische Modelle brauchen. Die gibt es heute noch nicht, aber die müssen erarbeitet werden, wo Sie die Stimmkanäle gegeneinander rechnen könnten. Also Cross-Channel-Plausibility-Checks bedeutet, Sie können die Resultate des brieflichen Kanals mit den Resultaten des elektronischen Kanals vergleichen. Sie haben dann nicht die gleichen Stimmenanzahlen, aber ähnliche Muster zwischen verschiedenen Kantonen zum Beispiel, zwischen verschiedenen Wahlkreisen. Wenn sich das unterscheidet, deutet es darauf hin, dass der eine oder der andere Kanal angegriffen wurde. Sie wissen da nicht, wer es getan hat, aber Sie wissen, da ist etwas passiert. Diese statistischen Modelle existieren noch nicht. Das wurde festgestellt und es wurde als Residerat formuliert, daran zu forschen. Wie ging es weiter nach diesem Report? 2021 hat die Bundeskanzlei eine Vernehmlassung gestartet mit der neuen Regulierung. Sie hat einen Dialog geführt mit Wissenschaftlern und diese Erkenntnis jetzt in eine neue Regulierung einfließen lassen. Mal einen Entwurf und dann typisch in der Schweiz macht eine Vernehmlassung. Das heisst, man publiziert mal den Entwurf für die neuen Verordnungen und die interessierte Öffentlichkeit wird eingeladen, das zu besprechen. Ich habe mich da auch beteiligt mit ein paar anderen Experten zusammen, haben wir uns das ganz genau angeschaut. Das haben viele andere auch gemacht. Was haben wir uns angeschaut? Es gibt eigentlich drei Teile. Es gibt die Verordnung der politischen Rechte. Es gibt die Verordnung der Bundeskanzlei über die elektronische Stimmabgabe. Und es gibt den technischen Anhang. Da geht es dann wirklich nicht mehr um Juristerei. Da geht es um die harte Softwareentwicklung und harte Kryptografie. Diese drei Teile, sehr umfangreich, auch sehr anspruchsvoll. Das war viel Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Arbeit haben viele Personen in der Schweiz auf sich genommen. Es gibt einen erläuterten Bericht, den hat man zuerst einmal durchgearbeitet. Ich glaube, der war 30, 40 Seiten lang, wurde die Vorlage erklärt. Und dann diese ganzen Rechtstexte und dann nochmal 40 Seiten technischer Anhang. Wer hat sich jetzt alles beteiligt? Hier ein Screenshot einer Medienklärung der digitalen Gesellschaft. Der Schweiz, sie hat das angeschaut. Sie hat sich gegen E-Voting ausgesprochen, sich aber sehr fundiert damit auseinandergesetzt. Und das haben viele andere auch gemacht. Die Bundeskanzlei hat das alles gesammelt und einen Ergebnisbericht publiziert. Im letzten Dezember war das. Was steht da drin? Da drin steht, sie haben 67 Antworten bekommen. Davon sind 48 positiv grundsätzlich. 11 sind eher positiv, aber haben fundamentale Vorbehalte gegen die Vorlage. Und 8 sind deutlich negativ. Insgesamt gingen 697 Seiten Vernehmlassungsantworten ein. Das ist ziemlich viel. Also das müssen Sie mal durcharbeiten. Die Bundeskanzlei hat es im Detail gemacht. Ich habe es überflogen. Also wir haben unsere eigene Antwort abgegeben. Ich habe die anderen grob überflogen. Einige davon etwas genauer, einige etwas weniger. Es haben eigentlich alle mitgemacht, im Groben und Ganzen, die man erwartet hätte. Mit einer Ausnahme sämtlicher Kantone, mit zwei Ausnahmen sämtlichen Parteien und die grossen Verbände mit einigen Ausnahmen. Welche Partei nicht? Die Evangelische Volkspartei lässt sich verschmerzen, haben wir auch nicht unbedingt erwartet. Aber die grün-liberale Partei hat sich nicht dazu geäussert. Weshalb? Wir können es nur vermuten. Ich denke, die grün-liberale Partei ist zerrissen beim Thema E-Voting. Sie hat einerseits Digitalisierungsfreunde, natürlich. Sie ist sehr digitalisierungsaffin. Aber auf der anderen Seite auch Leute, die diesem Vorhaben extrem skeptisch und negativ gegenüberstehen. Deshalb hat sich die grün-liberale Partei nicht zu einer gemeinsamen Position zusammenraufen können. Swiss ICT, grösser Dachverband Informatiker. In der Schweiz, 200.000 Mitglieder, hat keine Ressourcen investiert, keine Kompetenzen, hat sich dazu nicht geäussert. Das heisst, die grösste Informatiker-Vereinigung im Land hat nichts zum Thema E-Voting zu sagen. Finde ich bemerkenswert. Aber auch ICCS, der Dachverband der Security-Industrie in der Schweiz, hat keine Antwort auf die E-Voting-Fragen zurückgeliefert. Und dann der CCC. Und das ist die Vereinigung, die 2017, 2018, 2019 am allerlautesten sich zum Thema E-Voting geäussert hat. Natürlich extrem negativ sich geäußert hat. In dem Moment, wo sie angefragt wurde, jetzt bitte mal auf den Tisch mit eurem Vorbehalten. Und bitte schaut euch das an. Wie schlimm ist das, was wir hier regulieren möchten? Stille vom CCC. Schade. Gut. Wie geht es weiter? Schauen wir ein bisschen detaillierter rein. Weil, wenn wir E-Voting als Gesellschaft einführen möchten, dann müssen wir auf einem vernünftigen Level über E-Voting sprechen können. Wir brauchen genügend Experten in diesem Land, die tatsächlich verstehen, um was es da geht. Wie erkennen wir das? Ein Hinweis darauf kann so eine Vernehmlassung sein. Ich finde 697 Seiten, die allermeisten Parteien haben geantwortet, nicht schlecht. Hat sich jemand reingedacht, was dazu gesagt. Aber jetzt, wie sieht es mit dem technischen Anhang aus? Das war eigentlich der härteste Teil der Vorlage. Wir haben mit unserer kleinen Gruppe, wie wir geantwortet haben, auch selbst darum gekämpft. Hier links sehen Sie einen Überblick bei jeder Ziffer. Wer hat darauf geantwortet? Welche Organisationen, welche Parteien, welche Kantone? Insgesamt hatten wir 67 Antworten. 24 haben Sie jetzt noch um den technischen Anhang gekümmert. Das heisst, der juristische Teil vorne, auch im Umfang etwas kleiner, haben eigentlich alle da geantwortet, die überhaupt geantwortet haben. Von technischer Andex noch ein gutes Drittel. Sechs haben eine miniale Antwort dazu gemacht. Darunter zum Beispiel die Piratenpartei, weil sie es ohnehin negativ finden. Aber 18 haben tatsächlich substanziell geantwortet. Und das ist grossartig, weil die Grossteile der Schweizer Kantone haben eine substanzielle Antwort auf technische Fragen des Themas E-Voting. Und das ist super. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das grossartig, wie schweizerische Kantone hier Kompetenz aufgebaut haben. Was der Kanton Thurgau seit Jahren leistet für E-Voting in der Schweiz, ist bemerkenswert. Weil die sprechen auf sehr hohem Niveau mit, um was es hier geht, um wo die Schwachpunkte sind, um wo sie realistische Vorbehalte haben gegen die Regulierung der Bundeskanzlei. Von denjenigen Gruppenorganisationen, die geantwortet haben, wer hat nicht mehr Stellung genommen zum technischen Anhang. Sämtliche Parteien sind raus. Oben sehen wir noch die Piratenpartei, aber die anderen sind weg. Die Schweizer Parteien sind offenbar nicht in der Lage oder nicht gewillt oder ihnen fehlen die Ressourcen, um sich zu technischen Fragen von E-Voting zu äussern. Halte ich für sehr problematisch. Die Schweizer Akademie der Technischen Wissenschaften, keine Antwort darauf, wer, wenn nicht die Technische Akademie, zumal es einen wissenschaftlichen Bericht dazu gibt, kümmert sich nicht. Digital Switzerland. Digitalisierung der Schweiz wird schwierig ohne Digital Switzerland. Sie haben keine Aussagen der Technik zu machen. SWIKO dasselbe. Auch die digitale Gesellschaft, die irgendwann die Grenze erreicht. Einfach aus Kapazitätsgründen. Das ist unheimlich viel Arbeit, sich da einzulesen. Ging irgendwann nicht mehr. Gut. Wir sehen also durchaus gemischte Erfahrungen. Es lief ganz gut. Viele haben geantwortet, aber wo sie in die Technik reingehen, da wird es schwierig. Da haben wir zu wenig Dialog bei diesem Thema. Und das bedeutet natürlich, dass wir eine Regulierung bekommen, die eventuell nicht genügend geprüft wurde. Und diese Vernehmlassung lief letztes Jahr und sie wird dieses Jahr in Kraft treten. Und weil der technische Anhang nicht stark diskutiert wurde, können wir annehmen, dass das so, wie es da steht, in Kraft geht. Und das ist eventuell nicht optimal. Zweiter Fokus, Thema Open Source. Ich hatte gesagt, dass die Experten im Experten-Dialog deutlich gesagt haben, es muss Open Source sein. Wenn sie tatsächlich Public Scrutiny, wenn das wirklich viele Leute anschauen sollen, muss es Open Source sein. Die Regulierung sagt nichts über Open Source. Und elf Antworten haben das aufgegriffen. Elf dieser 67 haben gesagt, wir möchten deutlich Open Source. Ich habe hier die Auszüge zusammengefasst. Ich nehme den ersten, die alternative linke. Bernd sagt, Open Source bedeutet eine Lizenzierung. Es bedeutet nicht, Source-Codes ins Internet zu stellen. Es bedeutet, den Source-Codes unter einer Open Source-Lizenz freizugeben. Das heisst, wir haben hier kein Open Source. Wir haben nur eine relativ schwache Source-Code-Publikation. Wir wollen mehr davon die anderen zehn Organisationen ziehen damit. Jetzt ein relativ überraschendes Detail. Digital Switzerland und Economy Swiss glauben, sie hätten bereits Open Source gekriegt. Also, sie haben die Vorlage nicht verstanden und denken, dass eine Publikation des Source-Codes tatsächlich Open Source ist. Sie sagen, wir begrüssen die Open Source-Regulierung. Aber es ist gar keine da. Das heisst, wir können konstatieren, dass Digital Switzerland und Economy Swiss im Jahr 2021 nicht verstehen, was Open Source bedeutet. Und das ist ein Arbeitszeugnis, meine Damen und Herren. Tatsächlich. Ich habe mich enttäuscht. Was mich aber gefreut hat, dass auch Economy Swiss und Digital Switzerland das grundsätzlich wichtig finden, sich dafür aussprechen. Nun, dieser Ruf nach Open Source wurde tatsächlich gehört. In der Medienerklärung der Bundeskanzlei, wo sie ihren abschliessenden Vernehmlassungsbericht publiziert, sagt die Bundeskanzlei, wir haben gehört, dass viele Organisationen sich Open Source wünschen. Wir haben in einem Bericht, im politischen Bericht des Steuerungsschusses, bereits festgestellt, dass wir das angehen möchten. Aber es ist ein längerefristiges Vorhaben. Die Post kann das zurzeit nicht. Die Post will das zurzeit nicht. Und die Post hat sich mit Klauen und Zähnen dagegen gewehrt, im Punkt der Open Source reguliert zu werden. Ich vermute stark, dass die finale Regulierung, die diesen Sommer publiziert werden wird, kein Open Source verlangen wird. Aber der Ruf wurde geholt. Es ist schriftlich festgeladen. Langfristig wird Open Source reguliert werden. Gut, das wäre es bis dahin. Neue Regulierung erwarten wir diesen Sommer. Und dann geht es irgendwann weiter mit E-Voting, nehme ich an. Ende Jahr vielleicht bereits oder nächstes Jahr. Ich bin nicht mehr ganz Teil der Diskussion. Ich weiss nicht, wie der Zeitplan aussieht. Aber wir werden wieder E-Voting sehen, nach aller Wahrscheinlichkeit. In der Schweiz nahm ich mir im Hinblick auf die Nationalratswahlen 2013 einen Meilenstein, wenn wir dort tatsächlich ausgewählte Kantone mit E-Voting arbeiten werden. Gut, ich komme zum letzten Teil meines Vortrages. Ein paar aberwitzige Prophezeiungen, wie es weitergehen wird oder weitergehen könnte. Ich nehme an, ich werde von der Realität bald überholt werden. Ein, zwei Plot-Twists werden wieder passieren. Das wird in ein paar Monaten schon lächerlich sein. Merken Sie es also und reiben Sie mir es unter die Nase, wenn es so ist. Wir werden nach der Nationalratswahlen 2023 ein langsames Ausbreiten von E-Voting sehen. Langsam, weil es an den Kantonen hängt, an den Budgetperioden der Staatskanzlei in den Kantonen und an einzelnen Protagonisten. Ob das jemand haben will in den Parlamenten, in den Staatskanzleien der Kantone und wie viel Geld sie bereit sind, dafür in die Hand zu nehmen. Wir werden sehen, wie es geht. Ich nehme an, es wird langsam sehen. Das E-Voting-System der Post wird über kurz oder lange Open Source werden. Entweder macht sie es selber oder der Bund wird irgendwann regulieren. Ich würde, ich lasse mich auf die Äste raus und sage, in fünf Jahren ist das E-Voting-System der Post Open Source, wenn es bis dahin noch existiert, wenn wir bis dahin noch E-Voting machen. Ich glaube, der Druck ist genügend hoch und ich habe auch den Eindruck, die Post hat den Call gehört. Die Post hat gemerkt, um was es geht. Dann wird eine Behindertenorganisation E-Voting einklagen. Ich glaube ziemlich stark, dass es passieren wird. Wie kann sie das machen? Sie kann sagen, durch das fehlende Stimmgeheimnis wird die Verfassung verletzt. Und das bedeutet, dass Blinde und Tetraplegiker ausgeschlossen werden oder abgeschreckt werden, an der Wahl teilzunehmen. Und wenn wir dann eine knappe Abstimmung haben, können sie argumentieren, das Abstimmungsresultat wurde verfälscht durch diesen faktischen Ausschluss vom Stimmgeheimnis für Blinde und Tetraplegiker. Und ich glaube, auf dieser Basis lässt sich bei einer knappen Abstimmung tatsächlich klagen. Und ich denke, das wird nach 2023 irgendwann passieren. Und es wird grossen Druck aufbauen, die E-Voting-Einführung zu bestätigen. Wenn ich noch mehr Glatteis haben möchte, ich glaube, es wird im Kanton Zürich passieren. Nach 2023. Aber es ist hoch spekulativ. Korrigieren Sie mich oder behaften Sie mich drauf in ein paar Jahren. Ich gehe noch weiter. Ich glaube, diese Cross-Channel-Pausifizierungschecks werden kommen. Und es wird einen starken Beitrag zur Sicherheit der Abstimmungsresultate in der Schweiz leisten, auch wenn da noch Forschung gemacht werden muss. Und die letzte Voraussage ist, wir werden mittelfristig ein schweres Sicherheitsproblem mit E-Voting auf dem Tisch sehen. Ich glaube nicht tatsächlich, dass wir eine grosse Manipulation sehen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass in einer laufenden Abstimmung ein Schwachpunkt des Systems publiziert werden wird. Und wir müssen uns dann als Gesellschaft überlegen, wie wir damit umgehen. Hoffen wir darauf, dass es keine knappe Abstimmung ist, die durch so einen Schwachpunkt infrage gestellt wird. Weil dann wird sich tatsächlich zeigen, ob die Schweiz als Gesellschaft genügend reif ist für E-Voting oder nicht. Wir werden damit umgehen müssen, mit Schwachpunkten, früher oder später. Vielen Dank, das war mein Vortrag. Ich hoffe, ich bin in der Zeit. Und wir können hier jetzt auch noch ein, zwei Fragen nehmen oder dann im Blue Button Raum separat im Anschluss. Vielen Dank, Christian Follini für die Ausführungen. Das war sehr spannend, all das zu erfahren. Und auch der Ausblick für den nächsten Fortsetzungsroman hast du ja bereits eigentlich abgezeichnet. Wir haben eine Frage aus dem Chat, und zwar von Luki. Er hat zur Vernehmlassung, die du da ins Spiel gebracht hast, fragt er, was sagen heute hier anwesende Politikerinnen zu den Vorwürfen, zu wenig, es ist gerade schwarz geworden, zu wenig geantwortet zu haben. Ich weiss es nicht. Ich habe nicht mit Politikern darüber gesprochen, die nicht geantwortet haben. Ich habe mit Politikern, die geantwortet haben, darüber gesprochen. Und die haben gesagt, es war anspruchsvoll, aber wichtig. Ich hoffe, Luki, diese Antwort ist gut für dich. Dann gab es noch ein bisschen allgemeingültige Frage von Peter. Wir haben nirgendwo digitale Kompetenz, alles geht schief. Wieso sollte sich das beim E-Voting ändern? Ja, das finde ich jetzt etwas gar negativ. Es geht ganz vieles schief. Aber solange das Bundesamt für Gesundheitswesen seinen Fax betreiben kann, bleiben wir über Wasser. Ich glaube, es ist einfach schwierig. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Und das geht nur, wenn wir es ausprobieren. Weil zehn Jahre warten und glauben, wir können es dann, funktioniert auch nicht. Wir müssen es halt probieren. Wir müssen daran arbeiten. Da passieren Fehler. Es sind schlimme Fehler passiert. Aber was man nicht mehr sagen kann, ist, dass niemand eine Ahnung hat bei diesem Thema. Weil wir haben einen Dialog geführt mit führenden Wissenschaftlern. Und da kam deutlich raus, die Schweiz hat Kompetenzen in dem Bereich. Die Post hat jetzt wieder eine Backbound hier am Laufen an ihrem Source-Code. Sie haben 200.000 Dollar ausgeschrieben, um Schwachstellen zu finden beim E-Voting-System. Und so viele Schwachstellen wurden jetzt nicht mehr gefunden. Das ist nicht mehr so wie vor zwei Jahren. Das System ist deutlich besser geworden. Das heisst, mit der Arbeit daran dauert das alles viel länger, als man sich vor 20 Jahren überlegt hat. Aber nur so lernt man etwas. Und da muss man halt aufstehen und weitermachen. Und es ist nicht so, dass Abstimmungen und Wahlen sonst einfach per se sicher wären. Briefliches Abstimmen hat grosse Sicherheitsprobleme. Und die sind weitgehend digitalisiert heute. Da ist so viel Elektronik dabei beim Papieren abstimmen. Und diese Sicherheit darf nicht vergessen werden. Darüber müssen wir uns genauso kümmern. Und das tun wir dann, wenn wir das gesamtheitlich anschauen. Und das war auch ein Desiderat der Forscher. Ihr könnt nicht einfach E-Voting anschauen, ohne über briefliches Abstimmen und die anderen Stimmkanäle zu sprechen. Ich finde es also nicht ganz so negativ. Aber natürlich wird noch viel darüber geschrieben werden. Und natürlich gibt es weiterhin Probleme. Wir müssen dranbleiben. Genau. Also eigentlich ist jetzt die Zeit abgelaufen. Luki hat noch Danke gesagt für deine Antwort, Christian. Und es gibt noch eine Frage von Tobias B., die vielleicht im Blue-Button-Raum besprochen wird. Ich stelle sie mal. Vielleicht kommen dann noch weitere Personen mit in den Blue-Button. Wie verlässlich sind die Cross-Channel-Checks wirklich? Ich würde von einem reichlichen Bias ausgehen, zum Beispiel, dass Briefwähler konservativer abstimmen. Ich würde von einem reichlichen Bias von einem reichlichen Bias bzw. Ich würde von einem reichlichen Bias. Ich würde von einer Reihe sein, bis Jesus, aber auch nicht ganz so schnell liefert. Ich würde von einem reichlichen Bias. Vielen Dank.